Geschichte, Literatur und Popkultur zeichnen gerne ein Bild des viktorianischen Zeitalters als Inbegriff von Raffinesse, Klasse und Anstand. Doch oft verbirgt sich unter dem saubersten Tuch das schmutzigste Geheimnis. Heutzutage wird das älteste Gewerbe der Menschheitsgeschichte von vielen als soziales Übel angesehen. Aber erst im 19. Jahrhundert erhielt die Bordellbranche diesen berüchtigten Ruf. Während des viktorianischen Zeitalters gab es mehr Bordelle als Schulen in London. Die von Zeitungen und Flugblättern angeführte Propaganda gegen die Branche verlieh den Arbeiterinnen einen schlechten Ruf. Dies führte zu einer feindseligen Umgebung und einem schlechten Ruf, der zu Fällen wie dem berüchtigten viktorianischen Jack führte. Aber haben die viktorianischen Bordelle solchen Hass verdient? Heute wollen wir herausfinden, wie schmutzig die Bordelle während des viktorianischen Zeitalters waren. Laut dem Bericht 57 Report, den einige sonderbare Gestalten der Londoner Straßen wie Henry Mayhew erwähnten, arbeiteten rund 8600 Frauen im Gewerbe in London. Das war nur eine Schätzung, eine falsche von Miles. Seine Schätzung basierte darauf, wie viele Frauen der Polizei in diesem Gewerbe bekannt waren. Aber die tatsächliche Zahl war weitaus größer. Im Jahre 1857, dem Höhepunkt des viktorianischen Zeitalters, waren 80.000 Frauen in London in diesem ältesten Gewerbe der Menschheit tätig. Die Beliebtheit des Gewerbes ergibt Sinn in viktorianischer Zeit, da die Bordellbranche im 17. und 18. Jahrhundert ein goldenes Zeitalter erlebte und trotz des sich ändernden gesellschaftlichen Verständnisses immer noch florierte. Ich meine, es gab keinen besseren Ort, um Geld für die eigenen Bedürfnisse zu verdienen. Angenommen, du wärst eine gut ausgebildete Frau zur Höchstzeit, als eine andere prominente Frau dein Land regierte und dir wurden reichlich Möglichkeiten geboten, zu lernen und produktiv in der Gesellschaft zu sein. Es gab jedoch einen Haken. Dein Geschlecht bestimmte immer noch dein Einkommen und nicht deine Anstrengungen. Frauen, die in College hohe Fähigkeiten wie Tastatur schreiben und Stenografie erlernten, denn seien wir ehrlich, wir reden hier von dem 19. Jahrhundert und nicht den besten Möglichkeiten, verdienten aufgrund von Geschlechtervorurteilen selbst dann nur durchschnittlich 25 Schilling pro Jahr, wenn sie es bis zu den höchstmöglichen Positionen in angesehenen Einrichtungen schafften. Das reichte bei weitem nicht aus, um sich selbst oder ihre Kinder zu unterstützen und sie waren immer noch weitgehend von den Gehältern ihrer Ehemänner abhängig. Im krassen Gegensatz dazu boten Bordelle ihnen kürzere Arbeitszeiten und höhere Löhne, die in bar ausgezahlt wurden. Wenn du mit gutem Aussehen gesegnet warst, bot dir dieser Beruf in kurzer Zeit eine viel bessere Chance auf Erfolg. Bordelle boten nicht nur bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch Unabhängigkeit und das machte sie so lukrativ. Während du im bescheidenen London nur Straßenverkäuferin oder Ladenmädchen sein konntest und wenn du sehr sehr viel Glück hattest, vielleicht sogar Außangestellte eines Lords oder einer Dame werden konntest, konnte selbst eine Frau niedriger Klasse in Bordellen genug Einkommen finden, um selbst wie eine Dame zu leben. Nun ja, nicht für alle, aber sie konnten dennoch ein gutes Leben führen, ohne von einer männlichen Figur abhängig zu sein. Wie also konnte man erfolgreich wie eine Dame werden, während man in diesem Beruf tätig war? Nun, wie bereits erwähnt, konnten nicht alle Frauen in diesem Gewerbe diesen Status erreichen. Tatsächlich gab es während des viktorianischen Zeitalters drei Klassen von Fachkräften in der Branche. Um einen prunkvollen Lebensstil wie der Adel des 19. Jahrhunderts zu erreichen, war die allererste Voraussetzung in der Brunellbranche, wirklich attraktiv zu sein. Hier sprechen wir von Schönheit auf dem Niveau von Belhadid und Lupita Nyong'o. Natürlich ist das übertrieben, aber du verstehst, was ich meine, oder? Diese Frauen bedienten nur die Elite, Adelige und Aristokraten, Mitglieder des Parlaments, Personen, die mit der königlichen Familie verwandt waren, die Lords, Generäle und die Crème de la Crème der Industriellen. Solche wohlhabenden Menschen. Einige von ihnen arbeiteten sogar exklusiv und nur mit einzelnen Kunden. Da diese Kortisanen oft als Geliebte endeten und mit den Familien ihrer Kunden lebten oder manchmal auch deren Ehefrauen wurden, gab es sozusagen ein Happy End, nicht wahr? Auf mehr als eine Weise. Dies waren natürlich die am besten bewerteten Kortisanen. Die mittlere Klasse der Bordellarbeiterinnen, ähnlich wie die hochrangigen Kortisanen, arbeiteten tatsächlich nicht in Bordellen. Es waren die Frauen, die lieber freiberuflich arbeiteten. Sie hatten ihre eigene Wohnung, um eine Vielzahl von Kunden zu bedienen. Und manche arbeiteten auch auf der Straße. Das brachte die Unabhängigkeit mit sich, ihre Kunden auszuwählen und keinen Chef zu haben. Aber andererseits hatten diese Frauen keine Jobsicherheit oder Schutz wie die Bordellbearbeiterinnen. Sie waren anfällig für ansteckende Krankheiten und verrückte Kunden. Deshalb gehörten zu dieser Klasse auch viele verheiratete Frauen, deren Ehemänner als Agenten und Beschützer fungierten. Ja, das mag für unsere Zeit ein Kulturschock sein, aber das war in viktorianischem London gang und gäbe. Viele Straßenverkäufer hatten ihre Ehefrauen als billige Kortisanen arbeiten lassen, um zusätzliches Geld für die ständig steigenden Haushaltsausgaben zu verdienen. Ich meine, schau dir nur die viktorianische Mode an. Selbst Lumpen hätten diesem Zeitalter ein Vermögen gekostet. Einige Ehefrauen stimmten bereitwillig zu, in diesem Bereich zu arbeiten, während andere von ihren Ehemännern dazu gezwungen wurden. Und wenn du eine unverheiratete Frau aus der unteren Klasse warst, war dies die einzige Möglichkeit, über Wasser zu bleiben, bis du einen Ehemann fandest. Davon abgesehen, half dieser Beruf auch dabei. Es war so ziemlich wie heutzutage, wenn viele Menschen ein Unterhaltungskonto nur für ihre Fans haben. Naja, wenn du verstehst, dann verstehst du es. Die niedrigste Klasse der Bordellarbeiterinnen waren die Frauen, die tatsächlich in Bordellen arbeiteten. Sie wurden gezwungen, mit den Männern zusammen zu sein, die die Madame für sie auswählte, und durften keine Dienste ablehnen. Die Arbeits- und Wohnbedingungen waren armselig, schmutzig und ungepflegt. Aber die Madames bemühten sich auch, ihre Gesundheit im Auge zu behalten, um sie vor Geschlechtskrankheiten zu schützen, da diese nicht nur gefährlich für die Lebensdauer der Frauen als Arbeiterinnen waren, sondern auch dem Etablissement Schande brachten. Auf den ersten Blick mögen die hochklassigen Kortisanen und die niedrigklassigen Modellarbeiterinnen dieselbe Arbeit verrichtet haben. Aber nicht jeder bestellt Vanille, wenn er in eine Eisdiele geht. Habe ich recht? Manche Menschen haben einen exotischeren Geschmack, wie zum Beispiel Rocky Road oder britisches Glühwürmchen-Eis. Und manche mögen es vielleicht nicht öffentlich sagen, könnten aber heimliche Naschkatzen für Wasabi-Eis oder Ketchup-Geschmack sein. Oh, Ketchup. Nun, wir sollten andere nicht beurteilen, und das taten auch die Modelle des viktorianischen Zeitalters nicht. Tatsächlich sahen sie darin eine Gelegenheit und boten diese exotischen Geschmacksrichtungen an. Wie wir alle wissen, waren die viktorianischen Zeiten ziemlich sittsam und verurteilend. Man erwartete, dass sich jeder in eine bestimmte Art und Weise verhielt und bestimmte Wünsche hatte. Viele Männer bekamen von ihren Ehefrauen nicht das, was sie sich in ihrer Ehe wünschten. Die meisten von ihnen waren nicht einmal mutig genug, es ihren Frauen zu erwähnen, und einige von ihnen hatten Wünsche, die ihre Frauen aus biologischen Gründen einfach nicht erfüllen konnten. Während des viktorianischen Zeitalters durften Frauen beim Zu-Bett-Gehen keine liberale Einstellung haben. Das erklärt also eine Menge von dem, was wir gerade erwähnt haben. Aber Bordelle waren ein Ort, an dem es keine Verurteilung in Bezug auf Hemmungen gab, und man das bekam, was man wollte, vorausgesetzt, man war am richtigen Ort. Bordelle verstanden das und begannen in Fachbetrieben zu handeln, die exklusive Dienstleistungen anboten, die gefragt waren. Thematische Bordelle hatten solche Einrichtungen auch, um ihre Kundenliste geheim zu halten und riskante Vagabunden zu vermeiden. Bordelle veröffentlichten auch ihre sportlichen Führer oder Kataloge, in denen ihre Produkte vorgestellt wurden. Diese Bücher enthielten Profile von Bordellarbeiterinnen, die potenzielle Kunden durchsuchen und Frauen von zu Hause aus wählen konnten, bevor sie ein Etablissement besuchten. Die Profile enthielten Angaben zu Alter, finanzieller Beschreibung, Persönlichkeitstyp und Kosten für ihre Dienstleistungen. Einer der bekanntesten Führer war The Swales Guide Through the Metropolis im Jahre 2018. Eine äußerst seltene Erstausgabe dieses Führers wurde aufgetaucht. Er bietet einen faszinierenden Einblick in die Bordelle des viktorianischen Londons. Das 19. Jahrhundert mochte in vielerlei Hinsicht konservativ sein, aber wenn es um die Bildung von Frauen ging, war es liberal. Selbst Bordellarbeiterinnen erhielten eine formale Ausbildung. Die Bildung von Frauen war jedoch immer noch auf Fähigkeiten beschränkt, die sie attraktiv für die Ehe machten und nicht darauf, dass sie tatsächlich ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Die Mehrheit der Arbeiterinnen aus der Arbeiterklasse konnte weder lesen noch schreiben. Laut Henry Mayhew waren nur 5% der Bordellarbeiterinnen aus der niederen Klasse alphabetisiert. Sie baten ihre Kunden oft, ihnen Zeitungen vorzulesen, damit sie auf dem neuesten Stand der aktuellen Ereignisse bleiben konnten. Höherklassige Kortisanen hingegen beherrschten viele Fähigkeiten wie Etikette, Tanzen, Zeichnen und Klavierspielen. Da sie die meiste Zeit mit Mitgliedern des Parlaments und ähnlichem verbrachten, übertrafen sie häusliche Frauen in Bezug auf Kultiviertheit und Wissen über die Welt um sie herum. Eine weitere Herausforderung als Bordellarbeiterin war die ansteckenden Krankheiten, die am häufigsten bei jungen Männern im Militär verbreitet waren. Geschlechtskrankheiten waren im 19. Jahrhundert so verbreitet, dass sie genauso viele Soldaten töteten wie diejenigen, die in den Kampf zogen. Daraufhin wurde im britischen Parlament das Gesetz über ansteckende Krankheiten erlassen. Jede Frau, bei der der Verdacht bestand, dass sie sexuelle Dienstleistungen anbot, konnte zu einer unausweichlichen medizinischen Untersuchung vorgeladen werden. Wenn festgestellt wurde, dass sie infiziert war, wurde sie zur Rehabilitation für gefallene Frauen gezwungen und musste dort bis zu drei Monate bleiben. Obwohl das Risiko, sich Geschlechtskrankheiten zuzuziehen, in dieser Branche hoch war, waren die Frauen, die in Bordellen arbeiteten, tatsächlich gesünder als durchschnittliche Arbeiterinnen der Arbeiterklasse, da sie keinen anstrengenden 14-Stunden-Arbeitstag in Fabriken absolvieren mussten. Also, was denkst du? Hättest du als Frau im viktorianischen Zeitalter überleben können?